Ich und Sella reden heute über den Mindestlohn oder besser gesagt über die Argumente, die gegen einen Mindestlohn sprechen. Sei gegrüßt, Sella. Ja, sei gegrüßt. Freut mich. Ich hatte dich ja schon häufiger als Gast und wir haben über verschiedenste politische Themen gesprochen, beispielsweise darüber, wie Arbeiter und Arbeitslose gegeneinander ausgespielt werden oder über den Niedergang der Linken. Diesmal wollen wir darüber sprechen, was gegen den Mindestlohn spricht. Ich meine, mehr Geld für schlecht verdienende Arbeiter, da könnte man erst mal fragen, gibt es da überhaupt ein Argument, was dagegen sprechen sollte? Ja, also ein häufiges Gegenargument wäre der Verlust von Arbeitsplätzen, gerade in Zeiten der Energiekrise oder auch nach der Corona oder innerhalb der Corona-Pandemie. Haben ja viele Betriebe Geldnöte bzw. können die Rechnungen nicht mehr zahlen und ja, da müssen sich auch Arbeiter entlassen. Und eben hier spricht eben dagegen, dass einige Unternehmen die Anzahl ihrer Mitarbeiter reduzieren müssen, da sie es sich schlichtweg nicht leisten können, allen den Mindestlohn zu zahlen. Auch sogenannte Minijobs können da teilweise wegfallen. Das wäre jetzt mal so ein häufiges Argument, was kommt. Ja, diesem Argument liegt aber ein ganz zentraler Denkfehler zugrunde. Ich meine, so eine Mindestlohnerhöhung bzw. die Einführung eines Mindestlohns, wir haben ja schon Mindestlohn, aktuell wird ja eher über Erhöhung diskutiert und nicht mehr über Einführung. Die ist ja schon beschlossen. Die zahlen ja alle Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt, ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn der Bäcker einen höheren Mindestlohn zahlen muss, dann muss der Bäcker zwei Straßen weiter auch einen höheren Mindestlohn zahlen. Das heißt, keine der beiden Bäckereien hat durch einen höheren Mindestlohn einen Wettbewerbsnachteil. Alle haben einfach nur die gleichen Wettbewerbsbedingungen. Der Mindestlohn sorgt nur für eine gewisse Untergrenze, also dafür, dass Unternehmen nicht durch extremes Lohndumping sich Vorteile erschleichen können, was ja auch gut für die gesamtwirtschaftliche Produktivität ist. Wenn ein Unternehmen sich dadurch durchsetzen kann, dass es seine Arbeit da besonders schlecht behandelt, dann sorgt das eben dafür, dass sich technische Innovationen langsamer durchsetzen werden. Aber ich glaube, dazu werden wir noch kommen. Was spricht denn noch gegen Mindestlohn? Ja, Preissteigerung wäre auch noch so ein Argument, was oft kommt. Da nun, abgesehen von einigen Ausnahmen von Mindestlohn, alle Arbeitnehmer mit 12 Euro, Stand Oktober 2022 brutto in der Stunde entlohnt werden müssen, sind die Kosten für Verbraucher natürlich auch ebenfalls gestiegen. Das macht sich ja vor allem im Dienstleistungsbereich bemerkbar. Zum Beispiel die Friseursalons, die müssen ja auch ebenfalls ihre Preise erhöhen oder andere Dienstleistungen. Und das wäre dann auch so ein Argument, was oft kommt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also der Mindestlohn bewirkt erstmal grundsätzlich eine Umverteilung von hohen Lohneinkommen zu niedrigen Lohneinkommen beziehungsweise eine Umverteilung von Kapitaleinkommen zu niedrigen Lohneinkommen. Wie stark das eine jetzt und wie stark das andere der Fall ist, das kommt eben darauf an, wie gut die Unternehmen ihre Kosten weitergeben können. Wenn die Unternehmen die Mindestlohnerhöhung zu 100 Prozent weitergeben können, dann wirkt sich das auf die Kapitaleinkommen gar nicht auf und sorgt dafür, dass nur Einkommen von höheren Löhnen zu niedrigeren Löhnen umverteilt wird. Die Frage, wie stark das Preissteigernd wirkt, wie stark das da also die Inflation anheizt, es kommt darauf an, inwieweit die oberen Löhne steigen. Also dazu muss ich jetzt erstmal grundsätzlich erklären, wie Inflation funktioniert. Die Inflation folgt langfristig den Lohnstückkosten. Das heißt, den Lohnkosten geteilt durch die Arbeitsproduktivität. Wenn die Lohnstückkosten um zwei Prozent pro Jahr steigen, dann haben wir eine Inflation von zwei Prozent jedes Jahr. Das heißt, wenn die niedrigen Löhne jetzt mal ein Jahr stärker angehoben werden, ich sage mal zehn Prozent durch eine starke Mindestlohnerhöhung, dann hat man hier ein stärkeres Lohnwachstum. Das heißt, man müsste das durch ein niedrigeres Lohnwachstum in den oberen Bereichen ausgleichen. Also dann kriegen beispielsweise Manager oder gut bezahlte Fachkräfte mal ein Jahr ein bisschen weniger Lohnplus oder ein Jahr eine Nullrunde, damit das unten ausgeglichen wird, damit es nicht zu Inflation kommt. Das müsste man natürlich wirtschaftspolitisch begleiten. Da müsste man Maßnahmen ergreifen. Da müsste man vor allem mit den Gewerkschaften reden, dass die Lohnabschlüsse erzielen, die unten hohe Lohngewinne erzielen und die oben für niedrigere beziehungsweise keine Lohngewinne sorgen. Also so, dass sich die Lohnhierarchie wieder staucht. Also dass der Unterschied zwischen hohen Löhnen und niedrigen Löhnen wieder geringer wird, der ist die letzten 30 Jahre nämlich ziemlich stark gestiegen. So, ja, weiteres Gegenargument. Die Tarifautonomie wird eingeschränkt. Normalerweise wurden die Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen selbstständig festgesetzt. Der Mindestlohn stellt daher einen Eingriff in die Tarifautonomie dar. Dies hat außerdem eine Schwächung der Gewerkschaften zur Folge. Was würdest du denn da entgegnen? Das ist absolut richtig, denn die Gewerkschaften haben in den letzten Jahrzehnten deutlich an Verhandlungsmacht verloren. Die Tarifbindung ist deutlich zurückgegangen. Aktuell ist nur noch ungefähr die Hälfte aller Deutschen in tarifgebundenen Jobs beschäftigt. Das heißt, die Gewerkschaften, die sind deutlich, deutlich schlechter gestellt als früher. Und da muss der Staat natürlich, wenn er eine aktive Lohnpolitik macht, zu der auch ein Mindestlohn gehört, eingreifen, um dafür zu sorgen, dass das nicht noch mehr Druck auf die Löhne ausübt. Wir haben ja schon eine sehr schwache Lohnentwicklung die letzten 30 Jahre gesehen und das hat mit der stark zurückgehenden Tarifbindung zu tun. Ja, und ob die Vorschriften zum Mindestlohn auch eingehalten werden, muss natürlich auch kontrolliert werden. Das heißt, man hat einen größeren bürokratischen Aufwand. Diese Aufgabe würde dann das Zollamt bzw. die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, abgekürzt FKS, übernehmen. Es ist also nicht verwunderlich, dass dadurch auch ein höherer bürokratischer Aufwand entsteht. Und das wäre zum Beispiel auch noch ein Argument gegen den Mindestlohn. Was jetzt, finde ich, nicht so schwerwiegend ist, aber... Dann müsste man ihn komplett abschaffen. Jede gesetzliche Regelung, die man einführt, schafft natürlich einen zusätzlichen Aufwand, wenn man sie kontrollieren will. Das ist selbstverständlich. Aber da würde auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, lass mal die Einkommenssteuer abschaffen, weil die so viel bürokratischen Aufwand bedeutet. Es braucht natürlich immer staatliche Regulierung. Es braucht immer staatliche Gesetze, um bestimmte Arbeitsstandards herzustellen. Also mit dem Argument könnte man gegen jeden Arbeitsschutz argumentieren. Mit dem Argument könnte man gegen jedes staatliche Handeln argumentieren. Deswegen ist das etwas unsinnig, finde ich. Also wir leben halt in einer Gesellschaft, in der der Staat Gesetze erlässt und sie dann durchsetzt. Und das ist beim Mindestlohn nicht anders. Ja. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den Fachkräftemangel. Da seit 2015 in Deutschland auch ohne abgeschlossene Ausbildung der Mindestlohn gezahlt werden muss, entscheiden sich eben viele junge Menschen gegen eine meist schlecht bezahlte Lehre oder Arbeit. Dies führt zu einem ohnehin schon hohen Mangel an Fachkräften. Ja, man sieht es ja auch, die Zahlen im Handwerk gehen ja auch immer weiter zurück. Und ich glaube, die meisten gehen dann lieber ins Büro oder so was, suchen sich da was. Ja, aber dann muss man da die Löhne anheben und die Arbeitsbedingungen verbessern. Also beispielsweise in der Pflege gibt es ja eigene Mindestlöhne. Die könnte man ja auch deutlich anheben, wenn man das politisch wollte. Da könnte man auch einen Tarifvertrag mal erstmal abschließen und dann für allgemein verbindlich erklären. Also das ist übrigens auch ein Instrument, der Lohnpolitik, dass man Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt und damit dafür sorgt, dass sie wieder zahlreicher angewandt werden. Das macht die Politik in Frankreich ja ganz aktiv, dass Tarifverträge verhandelt werden von relativ starken Gewerkschaften und das dann einfach allgemein verbindlich gemacht wird. Das heißt, dass sich kein Arbeitgeber dann da einfach so rausschummeln kann. Aber ja, da jetzt zu sagen, okay, die Auszubildenden, die werden schlecht bezahlt und wenn man jetzt Ungelernte, die muss man jetzt noch noch viel schlechter bezahlen, damit auch genug Leute auf die Idee kommen, eine Ausbildung zu machen, das ist der falsche Weg. Und wir haben ja auch so einen Boom, ja, bei Akademikern, das so sinnvoll ist, das müssen wir dann auch mal hinterfragen. Aber da wird sich wohl keiner, also dafür entscheiden, lieber eine Ausbildung zu machen, anstatt ein Studium zu gehen, wegen des Mindestens. Das sind ja andere Gründe. Ja, und dann ein Argument, was mir persönlich entgegengeschlagen wurde. Ich zitiere das jetzt einfach mal, also es könnte ein bisschen holprig werden. Warum sollte jemand mehr als 10 Euro die Stunde bekommen für eine Arbeit, die ein dressierter Affe oder mein Hund, wenn er Daumen hätte, machen könnte? Es liegt nicht an den Löhnen, dass Menschen zu wenig Geld haben. Es sind die Steuern. Erhöht man fleißig weiter den Mindestlohn. Ihr werdet schon sehen. Ja, ich sag mal so, wenn das ein dressierter Affe machen könnte und, ja, okay, Tierschutz, wenn das der Hund machen könnte und der billiger ist, ja, dann wird der Arbeitgeber offensichtlich den Hund anstellen. Das ist in unserem Wirtschaftssystem einfach so. Das geht auch für Roboter. Wenn Roboter billiger sind als Arbeitskräfte, dann werden Roboter benutzt, über kurz oder lang. Genau, das wäre meine nächste Frage. Die Frage ist halt, wo kann sich denn jeder... Ja gut, das wäre ja eh meine nächste Frage. Aber kann sich denn überhaupt jeder Betrieb... Wir waren ja vorhin zum Beispiel bei kleinen Handwerksbetrieben. Kann sich denn jeder einen Roboter leisten? Es ist klar, bei so großen... Da wird dann argumentiert mit McDonalds in den USA, da sind jetzt überall Roboter. Ja, McDonalds. Da wären wir wieder beim Thema Großkonzerne. Also eben nicht jede Firma kann sich einen Roboter leisten. Was meinst du, warum es Kapitalismus in vielen Märkten, vor allem Oligopole, gibt? Also wenige Großkonzerne, die diese Märkte kontrollieren. Eben weil Großkonzerne sich solche großen Anschaffungen eher leisten können. Eben leisten können, ja. Weil es steigende Skalenerträge gibt. Also Großkonzerne, die Produktion billiger ist. Im Handwerk, da hat sich das zum Glück nicht so entwickelt. Aber wenn da die Automatisierung zunimmt, dann könnte es da auch zu einer Zerstörung von vielen kleinen Betrieben kommen. Ja, und da wird ja immer gesagt von rechter Seite, ja, wir müssen unsere Tradition und unser Handwerk bewahren. Ja, aber gerade dadurch zerstört man noch das Handwerk immer mehr aus meiner Sicht, oder nicht? Ja, das ist einfach ein Prozess in unserem Wirtschaftssystem. Und wenn man das anders will, dann braucht man strenge Gesetze, die kleine Handwerker, die kleine Betriebe schützen. Also das könnte man machen. Im Buchhandel gibt es beispielsweise die Buchpreisbindung. Also dass Bücher überall nur zu einem Preis verkauft werden dürfen, das verhindert, dass Amazon kleine Buchhänder kaputt konkurrieren kann. Also wenn im Handwerk tatsächlich irgendwann massenweise Roboter eingesetzt werden sollten, davon sind wir ja noch weit entfernt, dann könnte man da auch über Regularien nachdenken, um kleine Betriebe zu schützen. Aber ja, wenn es zu zusätzlicher Automatisierung kommt, dann ist es in unserem System eben so, dass große Betriebe da einen Vorteil haben. Also so funktioniert einfach unser Wirtschaftssystem. Wenn man will, dass es grundsätzlich anders funktioniert, dann muss man über ein anderes Wirtschaftssystem reden und sich nicht einfach nur in den Symptomen rummeckern, die innerhalb unseres Systems sowieso unvermeidlich sind. Man kann dann darüber diskutieren, ob man das, wie gesagt, durch irgendwelche Regularien versucht abzuschwächen. Aber das ist nun mal eine grundlegende, systematische Logik. Ja. Ja, gut. Ich wäre, ich hätte dann soweit nichts mehr. Vielleicht fällt dir noch was ein, ein Kontra-Argument, wo du gegen dann selber argumentieren könntest. Aber ich habe jetzt soweit erst mal meine Liste abgearbeitet, was ja an Gegenargumenten ich mir notiert habe. Aus einigen deiner Argumente sprach schon dieses, ja, wenn die Unternehmen ja die Löhne steigern, dann sorgt das ja dafür, dass weniger Arbeit nachgefragt wird. Und ja, dann entlassen die Unternehmen ja Arbeitskräfte. Also das sprach so aus dem ersten Argument ein bisschen. Genau. Und das beruht auf dem neoklassischen Arbeitsmarktmodell, dass man einfach eine Arbeitsangebots- und eine Arbeitsnachfragekurve zeichnet. Und die Arbeitsnachfragekurve, die ist eben entfallend, je höher der Lohn ist, desto weniger Arbeit wird von den Unternehmen nachgefragt. Das ist so die Grundidee und das lässt sich so einfach nicht halten. Also es liegt erst mal daran, dass Arbeit und Kapital nicht so beliebig substituierbar sind. Natürlich, wenn die Löhne stark steigen und Roboter immer billiger werden, dann ersetzen die Betriebe Arbeiter durch Roboter. Aber wenn sich einmal einen Roboter angeschafft haben, dann werden die nicht, wenn der Preis für Arbeit wieder um 10% sinkt, sagen, okay, jetzt verschrotten wir den Roboter wieder, jetzt schaffen wir uns wieder Arbeiter an. Nee, die werden bei dem Roboter bleiben. Die haben jetzt eine neue, effizientere Technologie und die werden eigentlich einfach mehr Arbeiter anstellen. Also das erste Mal, Arbeit und Kapital sind nicht beliebig substituierbar. Und zweitens sind die Löhne, die die Arbeiter bekommen, ja auch zusätzliche Nachfragen. Das heißt, je höher der Lohn ist, den die Arbeiter haben, desto mehr Produkte können sie auf dem Markt nachfragen. Das heißt, es ist tatsächlich gar nicht so, dass wenn man den Lohn senkt, dass dann die Unternehmen mehr Arbeit nachfragen würden, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man den Lohn senkt, dann fragen die Arbeiter weniger Produkte nach. Die Unternehmen müssen ihre Produktion senken, was dazu führt, dass die Unternehmen auch weniger Arbeit nachfragen. Also letztlich führen Lohnsenkungen nicht dazu, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Das wäre ja, das müsste ja laut diesem Modell passieren. Man hat das während der Euro-Krise in Griechenland gesehen, da hat man die Löhne um 20, 30 Prozent gekürzt, hat gedacht, so jetzt kommt Vollbeschäftigung. Nee, die Arbeitslosigkeit ist auf 30 Prozent hochgeschnellt. Also selbstverständlich, wenn die Nachfrage um 30 Prozent fällt, dann entlassen die Betriebe erst mal 30 Prozent ihrer Leute, weil sie eben nicht mehr so viele Produkte verkaufen können. Was völlig logisch ist. Und solche Effekte, die lässt das neoklassische Arbeitsmarktmodell völlig außen vor. Und deswegen ist das auch zur Prognose von Effekten des Mindestlohnes nicht gut geeignet. Das wird ja auch von Leuten wie Hans Werner Sinn gerne immer wieder vorangestellt. Ja, wenn wir die Löhne steigern, dann werden bestimmte Arbeiter, die eine zu geringe Produktivität haben, nicht mehr beschäftigt. Das, wenn sich die Realität ansaut, relativ abwegiger Gedanke ist. Also auch wenn der Lohn für eine Putzkraft sich verdoppelt, die Räume in einem Unternehmen oder in der öffentlichen Einrichtung, die müssen ja trotzdem geputzt werden. Der Manager wird wohl kaum selber einen Putzlappen in die Hand nehmen. Oder man automatisiert das, wenn das technisch möglich ist. Aber dann ist das ja für gesamtwirtschaftlich gesehen sogar eine Produktivitätssteigerung. Das heißt, die Arbeitskräfte, die dann nicht mehr für unproduktive Berufe zur Verfügung stehen, die können dann sinnvoller eingesetzt werden. Also gesamtwirtschaftlich ist das nicht mal etwas Schlechtes, wenn es zu mehr Automatisierung kommt. Ja, vielleicht kannst du ja, ich bin da nicht ganz so bewandert, aber in der Vergangenheit, wie hat sich denn das da meistens ausgewirkt? Da hat sich doch das, der Mindestlohn, die Einführung des Mindestlohns, hat sich doch eher positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie gesagt, vielleicht kannst du da mehr dazu erzählen. Ja, es gibt sehr, sehr verschiedene Studien. Also es ist tatsächlich etwas komplizierter, aber beim Mindestlohn, da gab es tatsächlich eine Studie, die hat in Deutschland nach dessen Einführung eine leicht produktivitätssteigernde Wirkung festgestellt und die Löhne im unteren Lohnsegelenzen sind leicht gestiegen und die Arbeitslosigkeit ist nicht gestiegen, sondern die ist weiter gesunken, was auch mit der steigenden Nachfrage durch den Mindestlohn zu tun haben könnte. Also das ist in der Wirtschaftswissenschaft immer schwierig. Man kann ja nicht als zweites Deutschland erschaffen, also unter einer Vorbedingung, in dem kein Mindestlohn eingeführt wurde. Das heißt, es ist immer sehr schwierig, das empirisch festzustellen, was da nun genau passiert ist. Aber es gibt tatsächlich interessante Ergebnisse, was dieses neoklassische Arbeitsmarktmodell betrifft. David Card und Alan Krüger haben dort in den 90er Jahren schon mal eine Studie herausgebracht, wo sie die Lohnentwicklung beziehungsweise wo sie die Entwicklung in zwei US-Bundesstaaten vergleichen. In einem wurde der Mindestlohn eingeführt und in einem anderen nicht. Und in dem der Mindestlohn eingeführt wurde, wurde keine arbeitsplatzvernichtende Wirkung des Mindestlohns festgestellt, sondern ganz im Gegenteil, es wurde festgestellt, dass mehr Leute angestellt werden. Was auch diesem neoklassischen Arbeitsmarktmodell fundamental widerspricht, weswegen diese Studie für großes Aufsehen erregt hat und sie sogar mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass dieses Modell eine sehr starke Vereinfachung der Realität ist und wichtige Zusammenhänge komplett außen vor lässt und man deswegen nicht so einfach argumentieren kann, wenn wir die Löhne erhöhen, dann entlassen die Unternehmen Leute. Nee, so einfach ist es eben nicht. Es gibt sogar, wie gesagt, David Card und Alan Krüger empirische Ergebnisse, die in die gegenteilige Richtung deuten. Ja, also von meiner Seite war es das. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Falls den Zuschauern noch irgendwas einfällt, können sie es ja gerne oder Fragen offen sind oder vielleicht ihr Gegenargument habt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Nur von meiner Seite aus, ich habe keine weiteren Gegenargumente jetzt erstmal gefunden. Ja, und ansonsten danke ich mich. Ja, in diesem Sinne, ciao. Ciao. Ciao.